So ist es genutzt, wir starten vor dicht an den Fahrer, bitte! Geh los! Oh, da sind auch noch welche, oder eine Person nur. Ich hab Angst! Nein! Ich hab Angst! Ich mag das Facelifting von dem Breaker, also vom Heavy Traveller. Der Exot unter dem Breaker. Wir stabilisieren den Greislauf! Jey! So, alles gut, Mama? Alles alright? Das Ohr und das ist hier. Jetzt, Mama, das ist hier. Gehen wir nach oben? Ich verstehe! Warum schlägt unsere Gondel immer dahin aus? Nein! Ich verstehe das nicht! Ich verstehe das nicht! Das ist für Sieg! Ich verstehe das nicht! YouTube on water! Ich verstehe das nicht! Oh! Oh! Aber richtig, ne? Oh, jetzt regnet es oder was? Wir haben aber einen Regenschirm. Das kann uns nichts. Regenschirm, Power. Wir schauen mal. Geht's euch noch gut? Ja! Will jemand so runter? Ja! 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 Oh, jetzt regnet es aber ganz schön so. Bis zum Glück sitzen wir doch nicht im Artistico. Ja, ja. Was, es hagelt oder so, ne? Au, das tut weh hier. Es hagelt. Es hagelt. Au! Au! Das tut weh hier dann! Oh! 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 Johann! Aber und es ist dahinten! Ja! Ist auch so. Die Hagegruppen werde herunter und herunter und herunter und herunter und das tut weh, aber egal. Alter, ist das alles total verschwappt, die Linse, alles voller Hagel, Regen, Regen, Hagel, Graufe, Kacke. Ich hab grad voll was ins Gesicht bekommen, aber egal. Ah, auf die Nase! Letzte! Wenn wir schön da fahren, bei Regen und Hagel und allen drum und wann. Tschüss!